Ja, da geht's wohl weiter, ne? Deswegen gehen wir ja weiter. Was zur Hölle? Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? Weiß nicht, Mann, aber wer auch immer die sind, sie sind nicht ganz dicht. Diese Schwedearbeit. Viktorianisch oder vielleicht älter. Das Zeug rostet seit einem Jahrhundert. Hammerkrass. Das müssen echt krasse Leute sein. Einer sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Gute Idee. Wer wohl? Oh, Mist. Ne, ich hab schon gesehen, wie es geht. Mal so ein bisschen. So, hier hoch. Immer dem Gelben folgen. Und den Kabeln folgen. Und dem Gelben. Und dem Gelben. Und weiter. Das sollte klappen. Lass los. Lass dir Zeit. We're on. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Wow. Man sieht auch extrem schlecht. Aber ich will jetzt die Helligkeit nicht besonders hoch stellen, weil sonst geht die Qualität eigentlich nach unten. Sag mal, spinnst du? Hey, da ist Malo's Auto. Okay. Ab hier, keine Waffen mehr. Oh, Mann. Und weiter geht's. Hände hoch. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir sind wohl irgendwo falsch abgewogen. Ja, ist das King's Cross? Stehen bleiben. Ja, ist das King's Cross? Verdammt. 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 Wo sind wir denn hier gelandet? Sowas habe ich noch nie gesehen. Eine Art Bahnhof oder sowas. Ja, ja. Das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Mann. Immer wenn man glaubt, seltsamer wird's nicht. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Zurück. Erledige sie. Leise. Gut gemacht, Jungs. Na los. Wir sind sicher hier durch. Und es wird seltsamer. Wow. Dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Ja. Möglich. Gehen wir mal die Treppen hoch. Nach oben. Leise, Nate. Hey, hier drüben. Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das versteh ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich hab ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Auf die Posten, Männer und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Fいます über die Polizei zurück zu sehen. Wenn der Ruhe ist, hat die Richter der Müche weg damit gefallen hat. Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Okay, kurz mal alles absuchen hier. Also alles abgucken hier so. Ist schon nice hier, muss man sagen. Okay, dann. Los geht's. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buchklugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien. Ja, ja, ja. Ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, Sie. Sie, die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding. Darauf hast du 20 Jahre gewartet. Okay. Na, dann los. Was denn? Oh, es heißt Long Hidden Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfall war ein verdammtes Arschloch Halt die Klappe! Es ist ein Anagramm Golden Hint Die Golden Hint Drakes Schiff? Ja, ein Hinweis Irgendwas ist versteckt in diesem Raum Verteilen wir uns Wir müssen es finden Wonach suchen wir überhaupt? Die Golden Hint Es könnte ein Modell oder Gemälde sein Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein Na, sie könnte natürlich auch Buckland Abbey sein Natürlich Da ist sie Ich hab sie Wo? Da oben Die Galionsfigur von Drakes Schiff Erstmal den Scheiß holen Was auch immer das ist Das sind auf jeden Fall irgendwie krasse Leute Die haben hier alles Gemäldewappen Das ist eine Falle Sie sind hier in Deckung Da ist es Drake, nimm es Oh fuck Oh fuck Bamium Das klein war alles genommen Dann würde ich sagen Los geht's Hauen wir ab Schnell Alter Fuck you Holy shit Okay Okay, komm Das ist auf jeden Fall mal Eine Waffe Mit der ich Mit der ich leben kann Dann bin ich 付fakbar Wir haben schon runter Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Wir beginnen Mit pregunta Komprunk Task tensor Fort Mit Wir Aktions ап Wir